Willkommen auf das Saatalks. Heute habe ich das erste Volume von Urusei Yatsura für euch. Habe ich schon recht viel über Social Media, Instagram und so weiter gesehen. Hat einen richtig coolen retroig Look würde ich jetzt mal sagen. Mit dazu Sammelschuber und dann gibt es noch einen Magnet. Das Stativ ist nicht magnetisch. Der sieht so aus. Wir gucken uns erstmal den Sammelschuber an. Dann gucken wir uns das erste Volume an. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Dann gleich der kleine Hinweis am Anfang. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Videobeschreibung. Müsst ihr selber mal gucken ob noch der Sammelschuber verfügbar ist. Das habe ich gerade nicht im Kopf. Aber mit etwas Glück vielleicht schon. Da haben wir den Hardcover Sammelschuber. Bietet Platz für zwei Volumes. Nehmen wir das erste Volume schon da. Ich befreie es erstmal von der Folie. Und ich sehe auch schon der FSK Flatschen klebt an der Folie. Ist also nicht auf der O-Card oder wie man es nennt. Dem Kappschuber. Das heißt der ist jetzt schon weg. Dann. Dann. Viel Lila. Voll meine Farbe. Da sind die Episoden 1 bis 11 drauf. Als Bonus sind drauf Clean Opening und Clean Ending. In den Sprachen Deutsch und Japanisch. Mit Deutsch und Norddeutschen. Für die Omo-Fanser unter euch. Das ganze geht 275 Minuten im Bildformat 16 zu 9 Full HD. Und die Tone sogar bis 2.0. Bei solchen Querenhüllen finde ich immer Probleme wie es richtig rum jetzt ist. Dann haben wir hier das Innere. Die 2 Discs. Hier sind FSK Flatschen drauf. Das heißt hier ist noch ein Winde-Cover ohne. Und. Ja. Ich begleiche mal den Magnet hier rein. Dass es alles auch zusammen bleibt. So. Mehr gibt es leider nicht dazu zu zeigen. Aber wie gesagt. Es gibt halt immer so Vorbesteller Extras. Und den Sammelschuber. Und da sollte zumindest visuell auch das zweite Volume dann noch Platz finden. Dann bedanke ich mich bei euch auch schon recht. Herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.